Mittwoch, 19. September 2018 3.27 Uhr Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren Polens Präsident Andrzej Duda hat bei seinem Besuch in Washington die USA zu einer größeren Militärpräsenz in seinem Land eingeladen. Dies sei sinnvoll, um eine Abschreckung gegen zunehmend aggressives Verhalten Russlands zu gewährleisten, sagte Duda bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump. Das aggressive Verhalten Russlands ist eine Sorge für uns, sagte Duda. Polen wirbt seit einiger Zeit für sich als Standort für eine neu permanente Militärbasis der Amerikaner. Sie könne Ford Trump genannt werden, schlug Duda dem US-Präsidenten vor. Dieser erklärte, die Bitte werde von seiner Regierung sehr ernsthaft geprüft. Polen sei bereit, bis zu 2 Milliarden Dollar für eine US-Truppenbasis zu zahlen. Dies unterscheide Polen von anderen Ländern, sagte Trump. Wir verteidigen wohlhabende Länder, aber sie zahlen uns nichts dafür? Trump könnte damit auf Deutschland gezielt haben, erwähnte die Bundesrepublik aber nicht explizit. Trump und Duda kritisieren Nordstrian 2. Konkrete Kritik an Deutschland äußerte Trump im Zusammenhang mit der Pipeline Nordstrian 2. Es ist sehr unglücklich für das deutsche Volk, dass Deutschland Milliarden und aber Milliarden Dollar für seine Energie an Russland zahlt, sagte der US-Präsident. Kein Land sollte von einem einzigen Versorger abhängig sein. Die von Trump unterstellte Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen entspricht nicht der Realität. Trump hatte stets behauptet, Deutschland beziehe bis zu 70% seiner Energie aus Russland. Tatsächlich sind es nach offiziellen deutschen Angaben 23%. Auch Duda kritisierte den Bau von Nordstrian 2. Er sei nicht ökonomisch motiviert, sondern einzig und alleine durch politische Erpressung zustande gekommen. Die Pipeline bedeute eine riesige Bedrohung für die Energiesicherheit Polens. Er sei froh, dass Polen auch Gas von den USA bekommen könne. Über seine Beziehung zu Trump sagte Duda. Der Präsident sagt, Amerika zuerst. Ich sage, Polen zuerst. Deshalb verstehen wir uns sehr gut. AP die Ehepaare Duda und Trump vor dem Weißen Haus. Die Nordstrian 2 Pipeline führt unter der Ostsee von Russland bis nach Greifswald in Deutschland unter Umgehung Polens und der Ukraine. Das Projekt soll Ende 2019 fertig werden. Trump forderte Duda auf, daran zu arbeiten, die Handelsbeschränkungen in der EU für Energie aus den USA zu lockern. Es wird spekuliert, dass die USA auch über Sanktionen versuchen könnten, die Fertigstellung zu verhindern oder zu verzögern. Die USA versuchen derzeit verstärkt, hier im Überfluss vorhandenes Gas in Europa zu verkaufen. Im November vergangenen Jahres war ein über fünf Jahre laufender Liefervertrag mit Polen unterzeichnet worden. Polen hat ein eigenes Terminal gebaut, an dem Schiffe mit US-Gas an Bord anlegen können. Von dort soll den Plänen zufolge amerikanisches Gas auch in andere Länder Europas weiter vertrieben werden. Wir sind jetzt der größte Energieproduzent der Welt, sagte Trump. Über den Verkaufspreis des über den Atlantik verschifften Gases herrscht Stillschweig.